Ja, und damit begrüße ich euch zum zweiten Infovideo an diesem Tag, das ist ja unglaublich, ja. Ja, wie ihr bereits am Titel vielleicht gelesen habt, wir suchen noch Mitglieder für unser CSGO-Clan. Wir haben uns damals getroffen, also ich und Nino, also Deadcrack kennen uns ja schon länger, seit der Silver-Zeit. Und dann haben wir jetzt im Herbst, was im Herbst, ja, haben wir am Herbst an einem Turnier teilgenommen und haben uns dann noch gemeldet mit unserem alten Clan. Und da konnten dann aber schlussendlich bloß drei und habe ich dann über das Video von Tetris, falls ihr den kennt, also Timo, habe ich dann ein paar nette Leute kennengelernt, wo wir dann auch schon das ein oder andere Turnier gespielt haben. Und da wir jetzt auch in nächster Zeit immer mal wieder gerne an Turnieren teilnehmen möchten, Wenn uns aber die Spieler fehlen, also die auch wirklich Spaß mittlerweile noch an CSGO haben, können sich gerne entweder unten in den Kommentaren melden, dann können wir uns ja mal in Steam schreiben oder ihr kommt einfach auf den TS, ja, alle Daten sind unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr jetzt nach dem neuen Rankingsystem noch zwischen, ich weiß nicht, zwischen MG, MG2, MGE und LEM, LE, so um den Drehraum seid, und ihr auch wirklich Lust habt und auch Zeit, also ich sag ja mal, ihr müsst jetzt nicht jeden Tag Zeit haben, ja, aber einfach auch mal so, was weiß ich, Matchmaking am Abend oder ein paar als Training, ja, und dass ihr auch wirklich Spaß habt am Teamplayer und nicht, was ihr sich hier für einen verarschen wollt oder was weiß ich, was einen auf großem, äh, was sich macht hier auf großem Penis, ja. Könnt ihr euch gerne unten melden oder wie gesagt über Steam oder über den TS. Äh, gibt's noch irgendwas zu sagen? Ich glaub nicht, das war's erst mal und wir hoffen natürlich, dass wir noch ein paar nette und freundliche Mitglieder bei uns aufnehmen können und ich verabschiede mich auch für dieses Video und sag tschüss, bis zum nächsten Mal.